90, 60, 90, das sind nicht ganz ihre Körpermasse und trotzdem ist Silvia eine Schönheitskönigin. Seit dem Wochenende dreht Sider-Titel Miss Agrisha 2018 und ist damit die schönste Kuh der Region Rital. Wir sind heute hier in der Heimatgemeinde in der Malanz und hier ist der stolze Besitzer, Fritz Rietberger. Grüeziwoll! Grüeziwoll! Wenn wir Silvia hier so anschauen, keine Frage, das ist ein wunderschönes Tier. Aber was macht denn Silvia zu einer schöneren Kuh als die anderen? Ja, Silvia hat im Moment einen sehr guten Glanz, sie hat viel Charakter, sie hat eine enorme Ausstrahlung, sie muss auch eine gewisse Grösse haben, wenn wir so ein Mann sehen, sie hat etwa so 1,50 Meter gross sind. Sie sollte oben rein sehr gerad sein, die sogenannte Topline, wenn wir sagen. Sie muss ein tiefes Rippe haben, also guter Milchcharakter, sie muss von der Milch produzieren, sie muss ein breites Becken haben, das Zuttern platzt, das sie gut gebären kann. Und sie muss eine Nutter haben, die sehr wichtig ist, weil gut aufgehängt ist, wo lang ist, hinten breit ist, trüssig ist und sehr viel, gute Zitzen, damit man das Tier gut melken kann. Das sind so die Charaktere, die ich Kuh haben muss. Und wenn Sie sagen, sie muss eine gewisse Grösse haben, wie gross ist denn Silvia jetzt? Silvia ist 1,52 Meter, ideale Grösse im Moment für unseren Betrieb. Und was ist das wichtigste Merkmal von einer Miss? Was ist das wichtigste? Also das Charakterzüge, wie ich erzählt habe, 40% Zuttern, und ein anderer 60% ist das Format, der Rahmen und das Bein, das Fundament. Also das schönste Zuttern, das gehört eigentlich auch so zum wichtigsten Schönheitsideal? Ist sehr wichtig bei der Premiere für den Kuh, jawohl. Wie hat sich das Schönheitsideal von Kühen verändert? Hat sich das auch verändert in den letzten Jahren? Zum Beispiel bei den Menschen ist das ja im stetigen Wandel. Wie sieht es bei den Kühen aus? Ja, bei den Kühen sind es ähnlicher. Sie sind grösser worden, sie sind länger worden, sie sind feiner worden, sie sind eleganter worden. Und das hat ja auch ein bisschen zugekommen mit dieser Brownsweiss-Rasse, die man einkreuzt hat. Und darum ist das Tier jetzt eigentlich ganz anders, als es noch vor 20 Jahren war. Jetzt schauen wir Silvia nochmal an, laufen vielleicht mal ein bisschen da vorne, zum Kopf. Wann haben Sie entdeckt, dass in der Silvia Potenzial für eine Schönheitskönigin steckt? Ja, Silvia hatte schon schöne Mutter, die Nicole, oder? Die hat auch schon mitgemacht, hat in der Konkurrenz und gewonnen hat. Sie ist als Kalb ein sehr feines Kalb gewesen. Von der Mutterseite, das heisst, der Whisky ist auch eigentlich eine Paare gewesen, die Schönheit und viel Milch vererbt. Der Whisky ist der Vater gewesen? Der Whisky ist der Vater gewesen von Silvia. Ja, jawohl, und der Mutter ist Nicole, ja. Und dann hat man das als Kalb ein bisschen angeschaut, hat es schon ein bisschen verwöhnt, ein bisschen flottiert, wie wir sagen. Ein bisschen zutraulich gemacht, jawohl. Also Silvia hat eigentlich schon als Kalbchen so ein bisschen rausgestochen und dann ist sie auch speziell behandelt worden? Nein, sie ist nicht speziell behandelt worden. Man hat sie einfach so ein bisschen flottiert, wie wir sagen, ein bisschen zutraulich gemacht. Wir machen das immer ein bisschen mit Partieren, dass man auch ein bisschen den Zug hat, wie man auf die Weide geht, wie man auf die Alp geht, dass sie ein bisschen zutraulich werden. Hat sich danach so als erstes Mal gut entwickelt. Sie war auch noch Schauwöse, ist auf dem Boudesh, nie ganz vorderst gewesen. Sie war auch noch zwei Schauwöse, auf dem Boudesh, nie ganz vorne. Und jetzt hier im Samstag hat sie sein bestes Potenzial gezeigt, ja. Also schon im Kalbsalter hat man gesehen, die könnte mal noch gross rauskommen. Wann hat denn das Training eigentlich für die Misswahl angefangen? Also für die Missagrischenwahl haben wir eigentlich vor drei Wochen angefangen. Wir haben ein bisschen mit ihr gelauft, wir haben sie so alle drei, vier Tage ein bisschen gewaschen, ein bisschen schampanniert, damit sie Glanz überkommt. Wir mussten auch mit dem Laufring anfangen, sie schön herzustehen, damit sie den Kopf schön da oben hat. Also eigentlich ein Sportprogramm? Ein bisschen ein Sportprogramm und das kommt immer darauf an, wie viel willst du als Bauern investieren, oder? Und dann hat man den Steiler angestellt, Andreas Verlehr, wo sie dann ein bisschen frisiert hat, gesteilt hat, ein bisschen rausgeputzelt hat. Und das ist eigentlich der Aufwand, den man heute machen muss, wenn man ganz für die Covid, ja. Also, haben Sie das richtig verstanden, Sylvia, die hat ihren eigenen Stylist? Also wir haben ganz betrieben einen eigenen Stylist gehabt, jawohl. Und die Sylvia hat man natürlich noch, auf mein Fall, noch ein bisschen glänziger gemacht, als die anderen Kühe. Wie passiert das? Ja, die haben so ein Sprei, wo sie ein bisschen herrschtebein und mit den Bürscher ein bisschen durchgezogen. Was man jetzt verzichtet hat, das hat es für die Suter-Ziehöl, weil es ja ein bisschen heiss gewesen ist, haben wir ein bisschen Sonnencreme eingestrichen, also man Schutz geben, das hat man jetzt verzichtet, was man sonst auch noch macht, ja. Also frisiert ist sie geworden, man hat ein gewisses Sportprogramm durchgezogen, hat es auch einen anderen Ernährungsplan gegeben in dieser Zeit? Der Ernährungsplan hat sie eigentlich schon den ganzen Winter gehabt, wir tun relativ viel Heufutter, also sogar an das Grundfutter und Mais. Und wichtig ist auch, dass es bei den Tieren, dass sie nicht zu dick werden, dass sie Milchcharakter zeigen, oder? Milchcharakter, das heisst, viel Milch geben? Viel Milch geben und eben vom Körperkonstanz her, wie wichtig, man muss eine Rippe sehen von einer, eine offene Rippe haben, sie darf gefett ansetzen. Sie muss eigentlich das, was sie für recht frisst, in Milchpotenzial geben und nicht in Fleisch, oder? Also auf Deutsch gesagt, man hätte nicht gerne eine dicke Konner-Ausstellung. Das war früher aber noch anders. Ja, früher war es viel ein paar Mal anders, richtig, ja. Aber eben, das ist eigentlich auch so ein Wandel, den man gemacht hat im Schönheitsideal der Kühe, eben weg vom Ticken eigentlich. Jawohl, und sie gibt natürlich viel mehr Milch als früher, das muss man auch sehen können, oder? Die Zucht ist in die Richtung gegangen, oder? Aber das Wichtige ist ja, dass sie gesund ist, dass der Panzer funktioniert, oder? Und dann kann sie auch in einer solchen Schau mitmachen. Wenn man eine Kuh, die nicht gesund ist, oder nicht wohl ist, muss man nicht viel ausstellen. Die hat die Merkmale nie, oder? Das ist ja so. Also auf die Viehausstellung selber ist lange darauf eingearbeitet worden. Jetzt am Tag selber, eben am Samstag, war die Landwirtschaftsmesse Agrisha in Chur. Was ist am Samstag selber noch passiert? Ja, die haben wir am Samstag morgens um sechs eingeladen, oder? Schön gewaschen in eine Laschkara rein, und dann haben wir sie durch das Kuh ausgeladen, sind sie natürlich verschissen gewesen. Dann haben wir sie halt abgebunden, haben sie beim Schwamm ein bisschen gewaschen, im Hochdruck dran im Warmwasser ein bisschen abgedampft. Dann haben wir sie getrocknet, haben sie in die Latte gebunden, haben sie in der Sonnengrämie eingestrichen, und haben sie dann angefangen zu füttern, vor allem Heu geben, ein bisschen Mais geben, auch ein bisschen Kraftfutter, dass sie Milch produzieren, dass sie wirklich dann, wenn es so weit ist, eigentlich wie vor dem Melken nach zwölf Stunden mit schöner Mutter dastehen. Das ist halt wichtig, oder? Aber dann muss sie fressen, muss sie Milch produzieren Tagdurch, oder? Also eben, das haben Sie vorhin gesagt, da kommt ein Stylist, die Kühe werden frisiert, die werden gewaschen, das Uter wird rasiert, zum Teil wird es noch mit Babyöl eingerieben, damit es schön glänzt, oder eben in Ihrem Fall mit Sonnencreme. Ich mag mich erinnern, als Kind, wenn ich in einer Viehschau gewesen bin, dann sind die Kühe gewaschen worden und gut war es gewesen. Haben Sie das Gefühl, das nimmt immer extremere Ausmassen? Also ich mag mich auch erinnern, als wir mit der linken Hand den Stiegel genommen haben, rechts ein bisschen Holz wollen und mit den Kühen marschiert sind. Das ist auch eine schöne Zeit gewesen. Ich denke, wir hätten das Reglement und ich meine auch, wir konnten jetzt vielleicht wieder ein bisschen zurück, oder? Es gibt schon Fehl-Ausstellungen, wo man Tiere nicht mehr dort steilen, wo man es nicht mehr dort scheren. Ich tue das ein bisschen auch befürworte, aber das müssen alle machen, oder? Dass alle Kühe die Kühe da gleich eine Voraussetzung haben. Der Aufwand, wie ich gesagt habe, ist gross. Im Moment muss man diesen Aufwand betreiben, wenn man die ganz vorne mitmischen will. Gibt es etwas, was Sie nicht machen würden? Wo wären Ihre Grenze? Also ich würde sicher nie etwas machen, was einem Tier Schmerzen zufügen. Das ist ganz klar, und wir haben sich auch mit der Melkzeit in 12 bis 14 Stunden dran gehalten. Ich bin dreimal aufgestanden, danach zu melken. Beim dritten Mal habe ich auch gedacht, dass ich eine Likolöre schlafen wäre schön, aber man hat das gemacht. Auch im Tier zu leben und auch, dass es schon bereit ist. Wieso konkret mussten Sie in der Nacht immer wieder aufstehen vor dem Wettbewerb? Ja, weil eine kommt um 11 dran, die andere kommt um Mais dran, die andere kommt um 4 dran. Und dann müssen Sie immer in 12 Stunden, oder? Das ist ja so, oder? Ja, genau, richtig. Wenn wir gerade beim Thema Melken sind, Herr Jettberger, da sind Viehschauen in letzter Zeit immer wieder in der Kritik gestanden, weil viele Landwirte das Urteil zugeklebt haben, damit es eben richtig voll und prall ausgesehen hat. Ist das noch ein Thema, jetzt haben die Viehschauen gerade auch in Grabünden? Also muss ich korrigieren, dass es in einzelnen Landwirte das machen, oder? Wir sind etwa 60,000 Tierwahljahre auf Durchstellungen gegangen und vielleicht sagen wir, dass die Hunde vielleicht überladen sind. Also im Kante Grabünden, da haben wir ein allgemeines Reglement. Und ich denke mir, in der Grieche haben wir jetzt eine Kommission gehabt, wo das einzelne Reglement der Tierärztin und Bauern kontrolliert hat. Ich glaube, es hat keine grosse Probleme gegeben. Ich denke mir, man muss auch vernünftig werden, oder? Ich meine einfach, an Nutter muss eine gewisse Fülle haben, zu voll darf es nicht sein. Es sieht auch schöner aus. Und da haben wir Bauern an der Hand, wir Experten an der Hand, um da wieder ein bisschen normaler werden. Und ich glaube, seit zwei Jahren ist man sonst sehr vernünftig geworden. Sehr vernünftig geworden, auch weil es strenger kontrolliert worden ist? Ja, das ist halt wie im Sport auch so. Es wird strenger kontrolliert, aber ich denke auch, der Bauer selber, wie gesagt, für mich sind es Ausnahmen über Grenzen gehen, oder? Für uns kommt es nie an die Frage, an die Tiere so zu reparieren, als dass sie mit Schmerzen verbunden werden, oder? Das wäre auch nicht richtig, oder? Ja. Jetzt haben wir vorhin darüber geredet, wie Silvia an diesem Tag hat ausgesehen, damit sie diesen Missentitel geholt hat. Was da wichtig war, was ist wichtig gewesen, wenn Sie reagieren müssen? Vielleicht auch über Präsentationen, oder was war Ihre Aufgabe an diesem Tag? Ja, meine Aufgabe war, ich war eigentlich der Manager gewesen, bin ein bisschen hinten in der Lade gehockt, da haben geguckt, dass meine Leute gut arbeiten wollen, oder? Ich habe, der Junior ist dabei gewesen, dann ist ein Lehrling dabei gewesen, dann ist noch eine Kollegin gewesen, Franziska Dusse, der mitgeschafft hat, unter unserem Steil, der Andrea von Leer. Und ich hatte eigentlich die Oberaufsicht und habe immer geguckt, dass die Tiere am richtigen Ort stehen, dass sie für sie vorbereitet werden, und eben, dass sie gut fressen. Ja, ich habe es eigentlich genossen, ich bin ein bisschen angespannt, ich hätte es eigentlich lockerer können, im Prinzip. Aber Sie sind schon nervös dann, am liebsten? Ich bin eigentlich sehr angespannt auf so eine Ausstellung, ja. Jetzt haben Sie uns vorhin gesagt, Silvia, die ist vier Jahre alt, ist eigentlich sehr eine junge Miss Agrischa 2018. Hat sie da ein bisschen die Vorteile von der Jugend geniessen? Sie hat den Vorteil von der Jugend geniessen, hat vielleicht auch den Vorteil vom Experten, dass er es auf die Jugend gesucht hat, Eleganz gesucht hat, oder? Und in der Regel macht man ja eher eine ältere Kuh, die ist. Aber alle Mann hat jetzt die Fahrzeuge bei ihr gestochen, und die Experten sind im Bezug, dass sie die schönste Kuh war, und wir eigentlich auch, ja. Und was für Fahrzeuge reden wir da? Also hat eine junge Kuh wirklich noch glänzigeres Fell oder ein perfektes Uter? Genau richtig, sie ist wie Taler, oder? Sie hat eine perfekte Sutter, das ist jetzt einfach so. Sie hat erst zweimal Kälber, gegenüber einer, die schon fünf, sechs Kälber gehabt hat, oder? Hat den Vorteil ausgespielt, aber grundsätzlich will man ja die Masse, die ich vorhin erklärt habe, eigentlich stimmen, oder? Und nachher sind es sehr kleine, enge Entscheidungen, auf welche Kuh entscheiden wir sich jetzt zu vermissen. Oder es sind fünf tolle Kühe drin gewesen, oder? Die hätten auch eine andere sein können, im Prinzip, oder nicht? Aber welchem Alter kommt denn eine Kuh so ein bisschen unter Druck? Ja, mit einem Durchschnittsalter für sechs Jahre bei einer Kuh, oder? Und je mehrmals sie kälbern, sieben, acht Mal, vielleicht und Druck ist sie vielleicht nicht mehr so bereit für eine Feiausstellung. Aber ich denke mir, in dem Alter darf sie auch daheim bleiben, und ein wenig Milch produzieren, und das Leben geniessen, oder? Also eine ältere Kuh, wenn sie eigentlich auch nicht mehr präsentieren? Das kommt auf alle, wie sie dasteht, oder? Ich meine, die Normann hat jetzt auch fünfmal kälbern, ist noch sehr gut da gestanden, haben wir mitgenommen, Schweizenmiss geworden, das war sehr schön für sie, oder? Aber ich denke mir auch, da wird es langsam so, und ich muss entscheiden, ja oder nein. Herr Rietberger, der letzte Samstag, das war ja für Ihren Betrieb ein Glückstag, Sie sind richtig abgeräumt. Können Sie nochmal sagen, wie viele Titel haben Sie geholt? Also wir hatten drei Abteile, wir hatten drei zweite Plätze, wir hatten den Titel, wir hatten den schönen Jutern für Nicole, bei der mittleren Kühe, den Betriebsmeister haben wir gewonnen, wir haben den Titel gewonnen, wir hatten noch Misse Grieche und den Vizettitel Misse Grieche, also viel mehr ist gerne mehr möglich. Also wie ein Weihnachten und Geburtstag zusammen? Also wie ein Weihnachten und Geburtstag zusammen, wir hatten Geburtstag und Mittwoch, da werden wir einen Ausdruck ein bisschen feiern, das ist wie gesagt, wie ein Weihnachten und Geburtstag zusammen, ja. Also ein stolzer Besitzer, ist so ein Titel auch lukrativ? Ja, im weitesten fern vielleicht schon, wir könnten jetzt die Kuhl natürlich extrem teurer verkaufen, wir machen jetzt das nicht, oder? Man kann vielleicht nachkommen auf Wiera, sei es jetzt ein Stier- oder ein Kuhlkalb, vielleicht ein bisschen mit diesem Titel besser vermarkten, das ist möglich. Aber grundsätzlich bleibt die Viehzucht ein bisschen ein Hobby und eine Motivation, ein bisschen Motoren in der Viehzucht, meine ich, ja. Also kann man keine konkrete Zahlen nennen, um wie viel das jetzt der Titel, der Marktwert für Silvia gesteigert hat? Nein, wir haben es jetzt nicht, wir müssen sie anders nutzen, aber das machen wir jetzt nicht. Aber es gibt schon Betriebe, die das auch ein bisschen ausnutzen und das Potenzial haben, um die Tiere extrem türen zu verkaufen, das ist ja so, ja. Eine Schaukuh ist immer ein Liebhaberpreis, das ist ja so, ja. Man kommt immer darauf an, was der Besitzer und der Händler will, oder? Das kann man sicherlich Geld machen, ja. Was sind so Zukunftspläne mit der Silvia? Jetzt ist sie Miss Angrija 2018, was kommt als nächstes? Jetzt kommt als nächstes, es kommt in die Salbe im Juni. Erstmal ein bisschen entspannen. Entspannen, dann kommt in die Salbe im Juni, es hat ein bisschen Milch, es hat einen guten Käse gibt. Im Herbst wird sie wieder kalbieren, es kommt zum dritten Kalb, sie ist gezielt angepaart, also das heisst, mit einem Stierkalb kann man etwas machen, hoffentlich hat sie einen Kuhkalb. Und dann muss man dann entscheiden, was sich Sutter und Kuh entwickelt, das kann variieren nach jeder Geburt, oder? Da muss man jetzt entspannt, also man kann jetzt nicht sagen, die gehen wir das nächste und sie gewinnt wieder, das können wir jetzt nicht, nein. Okay, also, zuerst geniessen wir mal den Triumph, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist sie. Die Miss Angrija 2018, schauen Sie sie noch ein bisschen an. Herr Riedberger, vielen Dank für das Interview. Danke auch, alles Gute.